Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Heute geht es aber auch Schlag auf Schlag, aber ich glaube, das könnte auch das letzte für heute gewesen sein, nämlich diese 178 Teile, die mir auch Lego vorab als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat, witzigerweise übrigens, bevor ich das Stadion bekam, beziehungsweise bevor ich überhaupt offiziell irgendwas vom Stadion wusste. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Es geht nämlich um das GWP, also das Gift with Purchase, also die mehr oder weniger kostenlose Beigabe, die man irgendwie ab heute wahrscheinlich bekommt. Zu dem Moment, wo ich dieses Video hier aufnehme, das ist am Abend des 31.08. sind die Konditionen leider noch nicht klar. Also das fertig versuchen, in der Videobeschreibung sonst noch mal zu ergänzen. In den einschlägigen Foren wird es wahrscheinlich auch sein. Und man bekommt dann hier ein paar Aufkleber. Man bekommt außerdem fünf Minifiguren, die zwar alle den gleichen Torso haben, aber eben in den Farben vom FC Barcelona. Und wir bekommen eine echte Verpackung und ein paar Grundplatten, wie wir hier schon sehen. Das ist ja auch nicht immer gang und gäbe bei den Zugaben. Beim Old Travert gab es ja noch diese gelbe Verpackung, diese generische. Ja, die haben wir hier nicht. Ein richtig schönes Gift with Purchase. Und da sehen wir die fünf Minifiguren, also die Fans vom FC Barcelona. Und daneben einen Brunnen. Und das ist sozusagen quasi der Borsigplatz unter den FC Barcelona Fan Locations. Nämlich der Brunnen von Canaletas oder Fonde Canaletas. Und das ist, ja, jetzt natürlich sehr einfach gestaltet, der Brunnen. Da sehen wir, das sieht eher so wie Hocker aus, mit ein bisschen was drüber. Aber man erkennt ihn definitiv, wenn man das Originalbild mal daneben hält. Die Minifiguren, alle mit ein bisschen unterschiedlichen Accessoires ausgestattet. Hier mit diesem Schal, der natürlich sehr massiv ist, weil es einfach nur eine Fliese ist, die beklebt ist. Ja, hier ist nichts bedruckt, außer natürlich die Torsi, also die Oberkörper hier von unseren Minifiguren. Die sind zwar alle gleich, aber sie sind eben auch was Besonderes, weil sie wirklich so nur als Fan des FC Barcelona durchgehen. Und wir sehen, es gibt eben auch nicht nur die schönen Momente im Leben eines FC Barcelona Fans. Dann haben wir hier zum Beispiel eine Flagge in der Hand. Die ist natürlich dann auch beklebt mit Barca. Und wir sehen hier kein zweites Gesicht. Bei den beiden anderen gab es immer noch was unterschiedliches. Dann der Herr mit der großen Flagge. Da gab es so ein bisschen Verwirrung. Es gab wohl irgendwie im Netz auch ein Bild mal, wo nur vier Minifiguren waren oder sagen, es wären nur vier. Nö, es sind fünf. Mit großer Flagge hier auch und mit Käppi. Aber unten drunter eben wieder das, was wir gerade eben schon gesehen haben. Und dann schließlich noch ein Fan im Rollstuhl. Und hier mit einer etwas anderen Flagge ausgestattet. Ansonsten, ja, immerhin die Beine sind unterschiedlich farblich hier dargestellt. Und die Kopfbedeckung, Köpfe, ja. Also ich glaube, wer Barcelona-Fan ist und das Stadion sich holen will, der will auch dieses Ding haben. Also gerade wegen dieser Minifiguren. Die haben natürlich nicht ansatzweise was mit dem Größenverhältnis des Stadions zu tun. Aber sie sind als solches schon cool mit auch dem Brunnen. Wir sehen auch die Grundplatte, die unten bebaut ist. Hat schön ein paar Noppen, wo man dann ja auch die Minifiguren draufstellen kann. Und drumherum auch noch die Farbgestaltung. Da sehen wir es hier vom FC Barcelona. Ja, und dazu dann eben der Brunnen. Schön wäre jetzt noch irgendwie ein kleines Schildchen gewesen. Oder wenn die da tatsächlich so ein bisschen, so wie in diesen Fotos, die es da im Netz gibt, da oben sich hätten richtig hinhängen können. Da fehlt so ein bisschen was, wo man sich da anschließen kann. Ja, gut. Aber das nehmen wir mal so hin. Die Anleitung ist so ein bisschen wappelig. Ich fand es ein bisschen dünnes Papier. Vielleicht, weil es so wenig Seiten auch natürlich nur sind. 127 Teile, die bauen sich natürlich auch wirklich zügig. Da braucht man nicht lange. Und da ist man nach 20 Minuten natürlich durch. Das längste ist noch das Bekleben. Ja, genau. Ja, zu den Konditionen, wie gesagt, kann ich gar nichts sagen. Da gibt es wahrscheinlich sogar auch noch in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche. Es hat wohl was mit VIPs auch zu tun. Deswegen äußere ich mich da jetzt mal gar nichts. Da gibt es vielleicht irgendwann noch mal eine News-Folge. Dann seid dazu was noch. Davon jetzt erst mal losgelöst ist es ein schönes GWP. Also ein schönes Set, das für Leute, die das Stadion haben wollen, glaube ich, ein Must-Have ist. Und die kennen auch diesen Brunnen dann sicherlich. Und gerade wenn man da vielleicht aus der Gegend kommt, dann ist das wahrscheinlich etwas, was man dann einfach auch cool findet, das so zu haben. Erst recht mit diesen Minifiguren, die dazu passen. Also eine schöne Geschichte. Das, ja, alles andere. Dann wahrscheinlich in einer anderen News-Folge nochmal, wenn es darum geht, ist es gerechtfertigt, was Lego dafür aufruft oder nicht. Vielen Dank für das Rezensionsexemplar von Lego. Vorab. Dadurch konnte ich es heute schon zeigen. Ansonsten sehen und hören wir uns dann hoffentlich bald wieder. Und tschüss.